Musik Sie war eine der erfolgreichsten Opern des 19. Jahrhunderts und ist heute wieder ein bestürzend aktuelles Stück, Die Jüdin von Frommontal-Alevy. Musik Hass zwischen den Religionen, die Verführbarkeit von Menschen zu Vorurteilen und Pogromen und nicht zuletzt die Liebe zweier Menschen über alle Grenzen sind die Themen des Werkes. Musik In Nürnberg hat Gabriele Rech. Musik 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 Musik